Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in den Gridiron Nightmares, also der Serie passend zu Halloween. No time, wir haben eine einstellende Herausforderung, sollen im allerersten Spielzug für 10 Yards mindestens passen. So, der Ball ist an der 45 Yard Linie. Play-Action, Misdirection, Shot. Wir schicken Terrell Owens von der linken Seite aus auf die Reise. Ja, man, sattes Grün hier, meine Güte. Und Terrell Owens hat den Ball. So, der Ball ist an der 35, das dürften sicher die 10 Yards gewesen sein. Maximum Stars, mehr gab es hier nicht. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.